ein herzliches willkommen zu einem kleinen info video vorneweg möchte ich mich jetzt erstmal bei euch bedanken ich habe heute die 200 abonnenten geknackt vielen vielen dank dafür das ist einfach nur klasse ich freue mich ich freue mich wirklich sehr da wird es demnächst auch noch ein kleines special zu geben allerdings wird das denke ich erst so in zwei drei wochen der fall sein ich muss mal gucken wie ich das zeitlich schaffe aber es wird auf jeden fall was kommen heute geht es allerdings darum dass ich euch gerne nach radiant city einladen möchte ich möchte mit euch zusammen in sneta wir brauchen für den flughafen brauchen wir unmengen an quads und glowstone also ich glaube glowstone ist mit das meiste was wir brauchen quads ist gar nicht so extrem viel allerdings ist es einfach zu viel um das wo sie und ich das alleine schaffen könnten das zusammenzufahren deswegen habe ich mir gedacht ihr könntet uns vielleicht helfen und kommt nach radiant city wir gehen zusammen in sneta und sammeln das zeug zusammen das ganze würde ich ganz gerne am samstag den 25 fünften machen jetzt den kommenden samstag um 20 uhr würde das ganze dann starten ich wäre für euch so ab um 19 uhr 30 im skype den skype namen den findet ihr in der video beschreibung könnt ihr mich dann adden und da erfahrt ihr dann noch alles weiteres da kriegt ihr dann die ts daten und die server daten von mir und dann können wir dann eigentlich auch schon loslegen ihr könnt mir vorneweg schon mal in die kommentare schreiben ob ihr lust habt mit zu machen ich würde mich auf jeden fall riesig freuen wenn ganz ganz viele von euch mitmachen und wir recht viel glowstone und quads aus dem nether wieder zurück schleppen können und ja hinten dann zum flughafen hin dass der dann auch fertig wird irgendwann gut also ich freue mich auf euch am 25 fünften um 20 uhr nicht vergessen da müssen wir jens nether ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid ja wir sehen uns dann am samstag bis dann ciao